Also, ich bin doch der Vater. Ja, natürlich. Du bist dir aber irgendwie unsicher. Was? Nein, ich bin mir unsicher. Nee, nicht unsicher. Hast du mich deswegen versetzt? Was? Was? Ob du mich deswegen am Flughafen versetzt hast? Was? Nein, ich hab dich angerufen, weil ich wollte, dass du mich abholst. Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen. Ich kann jetzt bitte mit diesem Scheiß-Handy aufhören. Ich komm nach sechs Monaten aus Afrika zurück. Nach sechs Monaten harter Arbeit. Und du empfängst mich so. Ja, wie? Ja, keine Ahnung wie. Entschuldige, das ist Leo. Eine Sonne, die lügt, ist eine Sonne, die verglüht. Schön bist du, meine Sonne. Ich bin irgendwie heimatlicher als Deutsch, weil es ist, trotz allem, obwohl es Deutsch jetzt auch viel mit mir zu tun hat oder gefühlt ist, ist das irgendwo so ein bisschen die Sprache vom Herz. So wie ich jetzt rede, ist eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben. Also irgendwie.